Mit dem Sprungball zwischen Gavin Smith und Kalis Schillinc. Auf geht's! Burns. Zweite gute Defense, allerdings ist Westermann deshalb zur Stelle. Nächster Stil, was ist denn hier los? Gut. Sah fast aus, als wollte er den stopfen, aber er hätte da so ein bisschen mit dem Link... Schön. Stucky, muss doch mal reinfallen. Na, endlich. Gut. Hast das alles. So, Viertel Nummer zwei. Stucky. Bam! Der passt. Eckdokert gut verteidigt. Weg ist er, das hat sie stark gemacht, im ersten Viertel. Burns zählt. Ja, schön. Und mit 12. Schön. Harry. Holts ersten Zähler für ihn. Wichtig. 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 Zähl. Mit. Haul. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Das Spiel bietet eigentlich alles, was man sich erhofft. Passt. Was eine Körperbeherrschung von Kinsicca. Ja, besser kannst du es eigentlich gar nicht verteidigen, ne? Ja, beide Arme rum, aber... Auch noch. Auch noch! Was ist denn hier los? Aber ist doch egal. Jetzt sind wir wieder im ersten Viertel, so gefühlt, nach dem Motto, der Wurf ein Treffer. Endzwinger fällt auch rein. Wow! Sensationelle Hangtime von Cook. Murray Boyles. Wichtig. Boah! Mit Brett! Murray Boyles! Das ist... Das ist Lillard Curry-Range. Feichel braucht einen Score. Hume. Ball! Die Hume! Oh! Die Hume! Das Spiel soll bitte nicht enden! Wie sieht die Antwort der Fallchen aus? Sie drängt die 13! Sie hat Tattoos am linken Bein! Let's go, ruft er! Fällt natürlich auch ein Tick einfacher. Wenn wir schon so lange dabei sind. Das ist ein Liebling, aber Endzwinger kann das auch! Und zeigt dann ein, beiden Teamstars ist total gegönnt. Endzwinger. Oh, 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 oh! Oh, der Lenny, der sah gut aus! Und der ist auch gut! Ja, beide nicht richtig gefangenen. Murray Boyles. Passt, passt, passt. Ja. Und das war's! Jetzt kommt auch kein Vor mehr. Was für ein Spiel! Die BG Göttingen gewinnt in der zweiten Overtime.